Aufnahme läuft. Jetzt ist meine Feldkommandanten-Mütze runtergefallen. Meine Mütze, ja so. Geht dein gut Schuss, ne? Ja, Mahlzeit. Für Staatssicherheit, die Mütze ist aufgesetzt. Ich habe extra zu mir gesagt, ich zahle mich stimmig. Ach, scheiße, so. Und wehe, der Michi fragt jetzt was. Wunderfall gegen Stein. Gegen welchen Stein soll ich fahren? Nee. Jungs, ohne Mädels, ihr wisst Bescheid fatal, als erstes machen tut. Was machen wir? Alter, kaputt, warum? Wir singen die Nationalhymne, bevor wir losfahren. Mit ohne anfassen. Mit ohne anfassen. Mit ohne anfassen. Anstimmen, kleiner Haar. Halt die Fresse. Wo soll man überhaupt hinfahren? Wir campen rechts. Holen wir einen Grill raus. Ach, ich wollte dem Baum ausweichen. Ich bin zu schnell. Die Berg gefunden. Abhalten. Räume fallen sehen auf links. Wir setzen wieder den Punkt hier. Ups. Oh. Oh. Ich bin rüber. Scheiße. Nein. Nein. Ach. Toll. Komm, sieben Sekunden. Ja, stell dir wieder neben den anderen und erwische ich euch beide. Okay. Ja, gibts Fressi-Fressi da unten. Ja, gibts Fressi-Fressi da unten. Also am Hill ist alles frei. Es sind solche Bots. Die kommen wieder zu zweit. Ja, ja, ja. Die kommen zu dritt. Ja, ja, ja. Die kommen alle. Die kommen wirklich alle. Kloppen. Kette. Wunderbar. Dahinten gehst du auch. Fließ einfach rein. Bam, bam, bam. Ist nicht mal angekratzt. IS-4 vielleicht. Ich ziehe auf der Mitte und treffe den Kette. Ach komm jetzt. IS-4 steht Kette. Einer ist weg. 630. Zack. Aus mit dem Feech. Alter Schwede, das waren jetzt 2000. Unterstützungs-Schaden mit einem Schuss. Ja, fuck. Mich hier nicht haben. IS-4 One-Shot. Ja, dann warten wir bis er da ist. Ich schieße jetzt schon mal. Ich komm nicht durch. Ich komm nicht durch. Nix. 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 Der ist schon so innen. Kriegen wir den Hibber irgendwie hier? Heiß. Ich komm nicht durch. Ich mach nicht durch! Der ist schon, wenn wir jemanden... Der Vorderring ist hier. Weg! Zack. Der Stritz Warte links, die 430U, komm lass sie uns weg machen hier Thorwald, bist du AFK? Tom, alles drauf auf Ehebidis, bevor sonst Artis rasen Hinter dir Tom Du Scheiße Oh, touch mein Tralala Oh Mann Nicht shielden Weg, nicht shielden Schön, nutze auf die TDS Die haben auch nur Artis, oder? Warte Salamander, ich geh die Artis jagen Ich bin einfach ne Unfähig, das gefürcht Nee, es läuft Nicht shielden, das ist die Hauptsache Oder Salamander Boah, der Stritz, ich kann mich aufs Dach kacken, was ist denn da los? Ich mach den jetzt auf der Fahrt Danke Danke Kriegt man fürs Cap ein Meereisen und alles? Keine Ahnung, dann cappen wir halt immer Warte, capp mal erstmal EPR Lass den doch nicht Ich will die Arti holen Ah ja, stimmt, das gibt ja noch den Klicker Wartet, wartet, wartet Wartet, wartet, wartet Nicht, nicht rausnehmen Äh, wir haben gleich wieder das Spiel Schießverbot Achso Viel Zeit auch Zusatzsachen, weil wir besser jetzt in die Länge steht Fahrt jetzt zu dritt ins Cap Danke Wer hat den jetzt gekillt Wir hätten es wenigstens mal testen können Eben Schade Und wir hätten genug Zeit noch gehabt für das Spiel War neun Minuten noch was Tomaten auf den Ohren Hühner auf den Augen Hühner auf den Augen no Es kommt alles raus Egal O Kann einer wieder Platz machen für den Slick-Slack? Boah, das hat ganz schön gezifft jetzt. Kann einer für Slick-Slack wieder Platz machen? Dass ich noch die letzten Materialien zusammenfahren kann. Ja, ich will die eh nicht, die 7 da, komm rein. Danke. Dann machen wir kurz Aufnahmepause. Für die Einladung, die um 20 Uhr kommt. 21 Uhr. Ja, genau. Ich kann gleich auch hingehen, muss noch 30 Sekunden knapp warten. Hihihi. Ist das nicht, dass das 3 Viertel aufnacht unsere volle Uhrzeit startet? Ja, das ist das andere, was wir eben grade verloren haben. Also, das ist ja schon wieder ein komplett neues, was um Viertel vor aufgeht. Achso. Aber Viertel nach würde ja wieder eins aufgehen. Aber, ich habe jetzt gerade mein Pitbull telefoniert und er sagte, wenn wir aktuell keine Strafpunkte offen haben, dann kann euch eigentlich nichts passieren. Nein, nein, auf der Weltkarte steht ganz klar Null. Gute Chancen, das ist unsere Seite, unsere Map. Ich habe jetzt vergessen, auf den 140er zu switchen. Ja, mag ich gerade. Irgendwie fehlen mir meine 140 in dem Spiel. Ja, ich habe auch Sorgen. Muss jetzt so gehen. Machen wir das Beste draus. Bin ich schon, ist mein Mihi dabei? Nein. Nein. Da ist ja nur ein Rantum. Epsi. Du fährst hin. Ja, die haben doch kein Spiel. Ich bin doch draußen. Ach, mein Spiel. Er ist doch voll gewesen. Was ist jetzt los hier, der Jungen? Alles gut. T95, schief denn? T95, schief denn? Habe ich ihn getroffen? Bisschen, 400. Die fahren nicht lang. Die wollen wahrscheinlich verlieren oder gewinnen. Echt jetzt? Jetzt hast du mich komplett verwirrt. So bist du doch. Ah, die steht hier hinten. Oh, nix. Oh, nix. Ja. Pamp X2. Das war ja noch mal so. Was ist das? Ah, nix Nice, nice Winkelseite vom Kleist ist noch clear, oder was? Ja Nein, Objekt 140, ok Objekt 140 in der Mitte Jawohl Alter Sehr schön Hat jemand eine genauere Position von den Adis? Verdammt, der Scheiß Das ist der Treffer Ja, du kannst es über die Waggons, Achtung links ist Objekt 140 piekt Ein Mädels und rüber gefahren Ja Da kommen sie Hey Ja Hat sich gehackt Ich war nicht mehr offen 140er, One-Shot Steht, steht Ja Normalerweise müssen wir die rauspushen Ja, die, die halte ich auf, die Brille Wenn die 140er Meiner Meinung nach, aber ich weiß nicht Ey, das Das 268 Jürgen Das muss raus, weil der schiebt wieder das Wrack vor dich Das ist mit Sicherheit der gleiche Depp wie gestern Schön daneben schießen und splashen Der hat schon so direkt geblieben Pass auf, dass du nicht aufgehst D4 Wie? Pettet Nicht gut, nicht gut Wer steht? Oh, aber lang Ey, sie sind schon hier im Vorderen Ich wurde hier im Vorderen rum Ja, wichtig ist jetzt hauptsächlich das 684, was das Wrack vor sich erschickt Die Mädchen so können den Striff nehmen, die Artis müssen den, das Objekt nehmen Da ist ein Objekt bei euch Arti steht bei K, 1, ganz an der Linie K Danke Ganz am Rand Ich guck gleich Vorsicht links E4 140 kommt hoch Jetzt Ich nehme HE für den Typen Schauen Sie, das ist jetzt 277 raus? Bin drauf Ja Arti hat geschossen Ich glaube auch in einem Meter Genau, als rechts von K² Alles klar Hat es gerade eben geschossen, kann sich wieder verschoben haben Wollen wir die 140 rausnehmen, die hier vor uns umgeistern? Ja, wartet noch ein bisschen, wir haben noch Zeit Ich bin ja Michael G extremely Gettet Ich bin ja wenn ich die Wer ist denn da? Ach! Tolle Franz, danke! Also die 140 stehen hier genau vor der Nase, ja. Das kann gerne mal auf full life probieren, aber... Immer HE für den 140! Lass den Doldtom da nicht so alleine! Wie wird sonst da rausgefahren? Mensch! Dann gehen jetzt alle auf die Medien! Hey, 14! Nein, das gebe nicht! 14 Schaden! Fick dich, Mann! Alles One-Shots! Das muss weh tun! Die Triebe am Gleisen auch! E4, wir pushen die zwei da drüben, okay? Wir fliegen hier besuchen! Abruh 277! Versteck dich hinter dieser kleinen Hücke! Hütte, Biscuit, warte, ich schieße noch drauf! Nimm den Bonshot raus, da hast du einen! Sorry! Fahr in die Kuhle, sonst kriegst du von der Mitte! Fahr in die Kuhle! Fahr in die Kuhle! Ich bleib bei meinem E4! Irgendwas steht dann auf der linken Seite hier, oder? Am Bahngleisen! Das kann ja nicht so sein! So, LTE, den freut mich mal nicht! In Positionen vorn kann der Scouten! Super Witz! So! Wenn dir der Scouten schon so gestimmt ist, dann die Rest kann nur in 3 Minuten! Boah! Hm, hm, hm! Glaubst du, 100 LTE können mitmachen? Hatte noch 1.200 Leben! Hatte noch 1.200 Leben! Glaubst du, 100 LTE können mitmachen? Ich bin jetzt 6 Sekunden geladen! Dann hab ich die 277! Und lass mal das 277 raus! Schön! Das Supercom hat sich gedreht! Nice! Rohr hoch, ich bin leer! Ja, das brauche ich! Ich habe gewinkt, zieh es, ich winke. Dann überlebt, dann kostet es wenigstens nicht so viel Geld. Ich brauche heute im Zerstörungsworn. Aber, da haben wir das jetzt gewonnen haben, wie gesagt, das machen wir bitte nur mit einem Turnier. Das können wir jetzt mit zwei, drei machen, weil, wie gesagt, beim nächsten Strafpunkt geht es an die Punkte. Guck mal, wer der meiste Schaden trinkt. Der Artibot hier. Und das eine 140 war aber auch nicht schlecht. Ach, halb so viel. Man kann es sein, dass wir es gegen zwei Clans gewonnen haben. Wie du schon sagst, der eine ist dreimal besser als wir. Die wären dreimal besser als wir. Ja, und der eben? Der war auch besser, normalerweise über unserem Niveau.